Dann die Taupin? Ja, dann bist du Elton? Ja, also das ist mein Künstlername. Ah, du kannst mir ja deinen richtigen Namen verraten, wenn wir uns besser kennen. Gut. Äh, ähm, ich hab mir gedacht... Entschuldige. Nein, nein, bitte, du zuerst. Ich mag deine Texte. Danke. Ja, du hast mir doch dein Band geschickt. Großartig. Wirklich gut. Danke. Oh, warte mal. Den hier lass mal lieber weg, den wollte ich gar nicht mitschicken. Das war ein Versehen. Nein, 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 der ist wirklich gut. Ich hab schon eine Melodie. Hä? Ja, ich... Border Song? Ja. Ich hab's gelesen und ich hatte die Melodie komplett im Kopf. Ich sah die Noten vor mir und musste sie nur noch aufschreiben. Als ob meine Finger nicht schnell genug mit meinem Gehirn mitkommen würden. Hattest du das auch schon? Ähm, ja nicht, nein. Aber ich kann locker mehr für dich schreiben, Elton. Ich schick's dir dann einfach. Klasse. Ich kann locker mehr für dich schreiben, Elton. Und ich kann locker mehr für dich schreiben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hatte die Melodie komplett im Kopf. Ich sah die Noten vor mir und musste sie nur noch aufschreiben. It's a little bit funny, this feeling inside. Wie war der Name nochmal? Mein Name ist Reggie. Reginald Dwight? Reginald, so heißt mein Großvater. Wie wird aus einem kleinen dicken Jungen ein Rockstar? Du musst den, als der du geboren wurdest umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst. Ich überlege meinen Namen zu ändern in Ayrton. Das ist mein Name. Ja, ich weiß. Du könntest der erfolgreichste Künstler Amerikas werden, wenn du das willst. Du musst den Leuten endlich mal auffallen. Kauf dir irgendwas, was glitzert. Kannst du in den Dingern noch Klavier spielen? Zeig ihm, wer du bist. Und bitte, nimm nur keine Überdosis. Wie fühlt es sich an, ein Star zu sagen? Sowas hält nie lange an. Genießen wir es, bevor es vorbei ist. Wenn rauskommt, dass wir ein Bett halten, dann war's das hier. Ich hoffe nur, dir ist klar, dass das ein Leben in Einsamkeit bedeutet. Kannst du nicht einfach nur singen ohne den ganzen albernen Glitzerkram? Die Leute bezahlen nicht dafür, wretched weit zu sehen. Sie bezahlen, weil sie Alten John sehen wollen. Entschuldige. Schon klar? Ist dir völlig egal, unter welchem Druck ich stehe? Frag dich schon. Ich kassier auch danach meine 20 Prozent, wenn du dich längst umgebracht hast. Vielleicht hätte ich unauffälliger sein sollen. Du warst nie unauffällig. Du bist so ein schüchterner kleiner Junge gewesen. Und sieh dich jetzt an.